hallo mal die mummies willkommen zu einer weiteren runde von tony hawk 1 wer bock hat günstig wenn ich denn nicht alles euch selbst überlassen ich grüße euch natürlich alle recht herzlich brauche ich geht es ein gut seitdem gut so mit und zwar lebewesen dass das wichtigste hat dazu weil die mummies wie gesagt der bock hat günstig wenn ich dann nicht nachdem wir jetzt erfolgreich kommen der macht einfach kultur wir gehen auf direkt auf solo was los mit die toni was denn los mit ihr wenn er dem erfolgreich die schule jetzt abgeschlossen haben machen wir jetzt das einkaufszentrum heißt gott 20.000 braucht man nicht vorlesen wenn wir jetzt alles sehen wir können uns machen sie jetzt die reinsetzen meine damen und herren schaffen wir so schaffen wir es nicht richtig ich bin da guter dinge ich bin da guter dinge let's go so das wird schon bettlich bisschen zielwasser hier let's go to the party oh ja ich würde sagen meine mummies wir fangen mit skate an und die punkte kümmern wir zum schluss ich habe gesagt um die punkte kümmern wir zum schluss das ist egal was haben wir jetzt gemacht hier braucht man insgesamt so 650.000 wo sind wir also bei 100.000 machen wir nochmal an war ich habe gesagt wir fangen nochmal an meine schuld ein fehler meinen das ist gar nicht so einfach das ist gar nicht so einfach ist egal haben wir geschafft ab und zu ist wirklich so man vertut sich ab und zu mal wenn wir gesagt dass er kein speedrunner hier spielt ein profi einer der spaß anscheinend über seine eigene doofheit lachen kann nicht wirklich wenn ich dann nicht mal die mummies tut was gutes für menschen der legt los hier abonniert diesen scheißkanal kommt auf twitch was euch dazu sagen selbst wenn ich kurz in so ein video mach fertig so komm let's go level neu starten wir machen jetzt geht ganz gechillt ganz in ruhe ich hatte im ersten video gesagt so kümmern wir uns nicht um den kleinen alien die haben wir schon eingesammelt im crew modus sie sind dann automatisch weg finde ich wiederum nicht aber ist ok ich finde sobald man neu anfängt müsste alles so sein wie das wenn ich die kacke einsammeln will gehe ich in einem anderen level und sammeln das ein größer die meint ja ich muss den fall sammeln skate ganz gechillt gehört dazu oh gleich die scheiben ich guck mal die andere war das macht der extra ja jetzt was soll aber haben locker flockig und jetzt lauf bänden was haben wir denn damit geht ein gesammelt fünf spielroboter zerstöre fünf schreiber 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 über die kaffee gebot aber früher da hast du echt gedacht wo es hat genauso denn er wird über die fleigen lab gab man muss wirklich alles ausprobieren ist ein bisschen hängen geblieben im kopf der scheiß hängen geblieben man weiß ganz genau wo man hingehen muss weil man einfach lange gesucht hat so im prinzip fünf roboter ist kommt noch mal zurück ich weiß es seit neun das ist der vierte stelle da war er wollte sich verstecken gibt er nicht hier bei den homis hier war es ganz da unten und fangen wir oben an das ist so eine geile zeit ich kann doch nicht oft genug sagen es hat einfach richtig gut gemacht ob er schlecht oder nicht mehr ist ja keiner gezwungen es war einfach nur bombe und jeder weiß ganz genau jeder die zeit mitgemacht hat weiß was wie cool das war aber man hätte ein paar sachen besser manke ich schaffe das ich trau mir dazu ich trau mir den schweiß zu ihr hier so laufbänden meine mumis laufbänden ich bin gerade voll im modus spiele die kommen ich würde gerne für euch jedes spiel kaufen spielen aber so wäre es jetzt und so wird allgemein allgemein alle spiele ich möchte das gerne erstmal für mich spielen ich spiele auch gerne auf einfach nicht weil einfach 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 ist ich spiele es einfach weil ich bock drauf habe ich möchte einfach durchspielen ich habe die kenntnis dafür warum soll ich jetzt alter dringend auf schwerste stufe spielt man habe ich davon dass mich das dann abfuckt so nein ich möchte das gerne auf einfach durchspielen und dann ganz gechillt gucke ich geil alter da brauche ich jetzt noch ich muss jetzt auf schwer spielen um die platz zu holen so ein fressen nix andere deswegen zog ich jedes spiel immer auf einfach durch ich weiß nicht kann auch schwer oder so ich hätte auch einfach erst spielen ich das mal reinkommen ich will das mal was lernen finde ich auch viel viel besser macht doch viel mehr spaß für mich aber jedes anders jeder hat sein eigenes ding der eine mal grüne andere mal blau der noch mal gelb so macht einen teil als also ich sag mal so jeder der ein bisschen gehirn in die birne hat weiß alter das töten falsch ist ganz einfach mehr brauche ich dazu nicht sagen ja und gut ist aber glaubt mal wenn er wie homie weiter ab startet hier und er gesagt durch startet wird besser wird für alle besser ich denke auch an euch 100% denkt ich an euch so haben wir auch geschafft was haben wir da mein minimum ist no sweat über die coffee grind gap und mach ein airwork über die flying okay und auf ben okay zielwasser soll ich lieber die flasche mal so abkleben wegen äh zur werbung und so für kronbacher eigentlich kronbacher ihr müsstet mich feiern was ist los mit euch ich bin nicht safe und alkohol ist scheiße safe ne okay mein liebes komm er wog ne achso warte mal nein hinten abchecken wo alter ist egal fall ruhig hin ich guck mal wo der ist ja wo ganz klar wir haben zwei die mummies hier war doch nicht hier war doch nicht hier ist auf jeden fall glaube ich die kaffee rotze da ist das ding in hier so ach scheiße komm nicht hoch müssen wir eben warten warte 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 ich muss ja nur mal gucken ach komme ich mach es so harn wir nicht ok Gaps ansehen. Nein, keine Gaps ansehen. Komm. Ein Nosequade. Yeah. Da ist er. Miley Moments. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Weil wir einfach nur die beste sind. Einfach nur Killer. Einfach Herz. Liebe. Für Mensch und Tier. Safe. Ich kann es nicht auf genug sagen. Macht es einfach. Yeah. Brauche ich allgemein, dass die Musik nicht läuft. Fette Mettelfinger. An alle, die sowas unterstützen. Die Musik, die vorderen war, dass sie nicht einfach gespielt werden kann. Widerlich. Wir haben es geschafft, Miley Moments. Auf jeden Fall. Miley Moments. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zuschauen. und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönes Leben. Ein wunderschönen Abend. Entweder sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream oder im nächsten Part. Meine Moments, für mich ganz wichtig. Bleibt bitte gesund. Seid gesungen. Denkt gesund. Tut gut aus für Mensch und Tier. Alles andere ist unbinteressant. Yo. Peace, yo. So. Bis zum nächsten Mal.